Hallöchen und Herzlich Willkommen zurück zu Let's Play The Last of Us. Wir sind hier mit mit Ellie und ich sehe so gut wie gar nichts. Die Frage ist wir können hier dieses Teil hier nehmen, diesen Müllcontainer oder was das ist. Das war es dann auch schon. Ich schau jetzt mal, dass ich vielleicht hier rumkomme. Kann ich hier hoch? Ne, sieht nicht so aus. Das ist ein richtiger Schneesturm hier. Ich frag mich wo ich jetzt hier bin, weil das sind ja keine Almhütten mehr eigentlich. Und in der letzten Folge hat er ja schon ehrlich gesagt, sie braucht eine Waffe. Nur da ist keine. Ist vielleicht hier oben eine? Ist vielleicht da was? Ich weiß es nicht. Ich geh hier nochmal raus. Am besten denn komischerweise von draußen sehe ich viel mehr. hier können wir ja gar nichts machen. Beziehungsweise hier können wir nirgendwo rein mehr. Und von hier kamen wir ja von da oben glaube ich. Hier ist weit und breit nichts. Nur Schnee. altes Gerümpel. Hier kann ich auch nicht hoch. Ich brauche eine Waffe. Ich habe ja eigentlich nur das Messer. Mist. Verschlossen. Das wäre die einzige Möglichkeit eigentlich. Wenn ich jetzt das Teil schnappen würde. Mit voller Wucht da dagegen. Ups. Mit voller Wucht hier dagegen. Jetzt häng ich auch noch fest. Ja was denn? Komm schon. Oh man. So. Komm schon. Ja recht sperrig das Teil. Ups. Oh was ist das jetzt für eine Musik? Komm schon hoch. Kann ich hier was machen? Komm ich hier hinauf? Ne da ist ja alles zu. Ich weiß es nicht. Oder wartet mal. Ich gehe mal kurz. Options genau. Ein bisschen an der Helligkeit. Ich mache das jetzt mal ganz hell. Hell. Vielleicht sehen wir dann besser was. Aber ich sehe hier so da wieder nichts. Okay. Ich schaffe das. Needy Pig. Kann ich hier hoch? Wo bin ich hier? Bin ich von hier her? Ich weiß jetzt gar nicht mehr wo ich her gekommen bin. Ne von hier. Äh. Ich Idiot. Okay. Okay. Ich werde jetzt wieder von der Helligkeit runter gehen. So genau. Wer hat geschossen? Niemand. Ui. Hunde. Was ist das hier? Tierhandlung? Infizieren. Infizieren. Sie ist infiziert und geflohen. Das ist schlecht. Okay. Zersammelt alle die nicht verwaffelt sind und bringt sie weg von hier. Oh mein Gott. Wir finden das nicht. Wenn die Kinder hier weg von uns hören. Oh verdammt. Wie viel sind das? Hier kann ich nicht raus. Das ist schon mal schön. Und Ellie sucht ja nach einer Waffe. Shit. Machen wir klar Schiff. Dann gibt es eine Stadtversammlung. Wir stimmen über die Herrschaft ab. Okay. Ich töte den Typen einfach. Okay. Revolver haben wir. Das ist sehr schön. Die kann richtig gut mit dem Messer umgehen. Die Ellie. Und ich weiß gar nicht wo ich bin. In welchem Ort. Was ist das hier für ein Ort? Hier ist nix. Und hier nochmal ein Medipack. Das ist natürlich wichtig. Okay. Wir haben jetzt wenigstens eine Waffe. Und zwar nur eine Kugel. Malte, Verwalter. Hey Alter. Alles okay? Ach du Scheiße. Verteil. Alter. Ganz ruhig. Ganz ruhig. Scheiße Wo sind die? Ich höre Stimmen, aber ich sehe niemanden Oh, und dieser Schneesturm, ne? Was blöd ist, ich weiß nicht, da brinnt Feuer Ich weiß ja nicht mal, wo ich hin muss Hier ist wenigstens ein bisschen wärmer Was ist das für ein Kirchen, Leute? Okay Oh, sie sind überall Ja, nur ich sehe leider nichts, wo sie sind Ich gehe mal da nach oben, oder? Hey, siehst du den Rüben? Verdeckung! Shit, 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 shit Scheiße Ich hab die Kleine Nein, tot! Gibt's ja nicht, konnte ich mich nimmer halten? Okay, wenigstens hier zwischengespeichert Und ich hab nur eine Muni Jetzt weiß ich wenigstens, wo ich hier Entlang gehen kann Oh, sie sind überall Zum Glück sehen die genauso wenig wie ich Das ist die Frage, wo läuft der hin, ne? Ist da drüben jemand? Scheiße, ich bin hier in der Falle Jetzt geht's los! Scheiße, scheiße, scheiße Du blöde Die Sau, lass mich los! Ich kann dich erledigen, du Wer wirst du bezahlen? Fuck, fuck, fuck Fuck, jetzt aber schnell heilen, ey Und ich hab Muni bekommen Oh yeah Dann laden wir doch mal gepflegt nach Boah, shit Okay, jetzt nix wie nach oben Ich glaub, hier waren nur zwei, ne? Da drüben steht auch einer Ich weiß nicht, der sieht mich nicht durch den Schneesturm Puh, erstmal hier rein War hier noch was gelegen? Nee, ne? Hier geht's nirgendwo weit Okay, wir müssen also da nach drüben Boah Ich schleiche mich mal Hier rum Alter, du siehst hier echt nix, ne? Oh man Hoffentlich hat der irgendwas für mich Nee, leider nicht Shit Ich muss hier echt aufpassen Weil hier die Sicht sehr, sehr eingeschränkt ist Geht's, Freunde Geht's hier entlang Alter Verwalder Was? Dafür wirst du bezahlt Shit Alter Verwalter, alter Verwalter, schnell in Deckung Und Medikid nehmen, ey Oh, 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 jetzt wird's aber knapp Ach, drei aus dem Weg geräumt hier Drei Leute Drei, Mann Und ich muss looten, ich brauch was Hm, gar nix drin Verfluchte Kröte Sind wir hier schon wieder? Ich glaub, ich bleib am besten mal hier drin kurz Was ist das? Blöde Flasche Puh, ich glaub, ich geh mal doch wieder hier rein Und geh hier durch diese Tür nach draußen Obwohl's ja recht auffällig ist, ne? Wo soll ich hin? Wenn ich das wüsste, Ellie Wenn ich das wüsste Ich glaub, da hin, oder? Ich bin mir nicht sicher Muss ich hier entlang oder doch die andere ist? Ich glaub, hier werd ich nicht rein können Ich versteck mich hier am besten Ich weiß es nicht, Ellie, ich weiß es nicht Na, wem sagst du das? Ich muss hier trotzdem weiterhin vorsichtig sein Ist da drüben jemand? Boah Das ist so krass Du siehst hier fast nix Okay, ich kann anscheinend hier nach oben rein Boah, wo sind wir hier? Alter Ah, wieder Großküche hier, ne? Also hier muss jemand sein, sonst Also hier muss jemand sein, sonst Ich geh mal lieber hier Okay, ich muss auch echt aufpassen, wo ich genau hier bin Was ist das hier? Ein Restaurant Oder? Ich bin mal so mutig und lauf gleich hier entlang Hier sind wieder Scherben, muss ich aufpassen Hier ist aber schon niemand und gar nix zum Looten Jetzt natürlich bis auf die Medikit Okay Du kannst nirgends hin Willst du raus? kein infizierter kämpft so hart um sein leben ich brauche die schlüssel hier brennt es aber gerade hier Fuck! Hey, Ellie. Das mit dem Pair tut mir leid. Ganz ehrlich. Ich hoffe, es tröstet dich zu wissen. Nichts davon verkommen wird. Ach, du Arsch. Hab ich keine Muni? Beziehungsweise keine Waffe? Weißt du, ich wünschte, du hättest James nicht... ...und ich habe keine Muni. ...und ich habe keine Muni. ...und ich habe keine Muni. Du siehst mich gar nicht, du Trudel. Wo ist der Typ hin? Scheiße. Da brennt hier schon wieder alles lichterloh. Wo ist der? Shit, wo ist der Typ? Lauf, kleines Häschen, lauf. Wahres Männchen. Super, jetzt duckt der sich auch, oder was? Nein! 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 Mmh! nein in diesem sinne danke fürs zuschauen bis zum nächsten mal let's play the last of us es bleibt spannend